Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute gibt es mal ein Video zu The Finals und zwar einfach eine Runde. Ich lasse das gleich hier einfach weiterlaufen. Ich möchte nur kurz was sagen und als erstes, ich bin ein bisschen heißer, tut mir leid. Naja, also auf jeden Fall, The Finals hat jetzt eine Beta bzw. eine offene Beta bis zum 5. November oder so, je nachdem wann ihr das Video hier schaut. Ich finde The Finals eigentlich recht cool. Die erste Runde, die ich hatte, war semi-okay, weil ich halt noch nicht wusste, wie das Game halt so funktioniert. Und ja, also im Laufe der Tage kommt noch eine zweite Runde und halt mit Leon und ja, also jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Gameplay. Okay, wollen wir nochmal, äh, schnell, oder? Jaja. Ist bis jetzt der Modus, der mir am meisten gefällt. Yo, Alex hört Spotify. Nimmst du auf, oder was? Ne, ich nicht mehr. Yo. Machst du Intro? Ne. Es geht ab, Leute. Willkommen zu dem neuen Video. Hey, willkommen zu dem neuen Video. Mit Leon. Ja. Schon lange kein neues Video mit mir. Ich brauche mal noch nicht. Sieh. Ah. Ah. Wie kann man sliden? 's. Und? Eis wird mal die Laden interessant. Ach so ein blow. Ja. können wir das klaine. Was ist das? Geht's no coming! Oh Gott! Das Cash! Jaaaas! Ich hab die Cash, Mann! bist du hier bei mir ich bin hinter dir kommt irgendwer ich hab ihn ich weiß ich werf auf granaten überall hin ich hab ihn nein schon wieder ich find es geil wenn die halt sterben das ist so ein dingste revive mich, revive mich bitte nice da ist einer an unserer bank alles besser komm 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 Bevor das Video weitergeht, hier eine kurze Werbung für meinen Affiliate-Partner und zwar Instant Gaming. Auf der Seite bekommt ihr Gaming-Sachen bis zu 90% vergünstigt. Das heißt Playstation-Guthaben, Xbox-Guthaben, Steam-Guthaben, Spiele, sonstiges. Also was mit Gaming zu tun hat, bekommt ihr da wie gesagt bis zu 90%. Und wenn ihr über meinen Link Sachen einkauft, bekomme ich eine kleine Provision. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung und jetzt geht es weiter mit dem Video. Ja, also ich fühle mich jetzt... Nur ich will dieses Geschütz haben von dem Mittleren. Ja, das war ein geiles... Oh, der hat eine Schrotflinte, der Hurensohn, hier im Haus. Drei Stück. Trennt, trennt! Digger! Ich komme, ich komme! Rinder! Ah, falsch! Hier ist die Treppe. Alles boykardieren. Über uns, über uns. Aua, Aua, Aua! Jawoll! Nein, ich hab's nicht getan! Luke, einfach Anti-Made. Wir heilen uns gegenseitig, mate! Oh Gott! Ich bring euch da! Ich hab's nicht getan! Nein! Ich hab's nicht getan! Nein! Ah! Willkommen! Will ich doch hoffen! Wasser, Wasser, Wasser! Ich hab's nie gegeben! Ja! Ich hab's nicht getan! An dem ich auch verdrungen gehe. Es ist eine geile Runde, Alter. Ich denke, die Runde ist so wild. Let's go. Bumm. Unten, 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 unten. Ich weiß, ich weiß. Oh Gott. Ach so. Hallo, hörst du mich? Ich versuch's. Du bist... Nein! Du bist doch keine geile Sau. Du bist eine geile Sau. Du bist eine geile Sau. Der ist keine geile Sau, der da abhaut. Zu mich? Nein, nein, der Gegner. Ich weiß nicht. Er ist runtergesprungen. Du bist eine geile Sau. Ich schaue keine Geile. Fuck. Na gut. Komm, 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 komm. fuck überall feuer alter ja echt stirb nicht bitte mate stirb nicht ich will wiederbelebt werden bitte zehn sekunden aber geht doch so look schnell wir müssen ja ja also Oh Aber ein F***er, wir beim Feuer Er heilt ihn! Ich weiß, ich hab ihn Me Was Was? Doch mal Ich bin der B**** 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 Ja, Digger, Luke! Maschallah! Digger! So eine geile Runde, Junge! Acht Eliminierungen. Elf, Digger. Sieben Tode. Geil. Digger, so eine geile Runde, Junge. Was haben wir bitte mit dir gemacht? Ich hab die so hops genommen. Also, mir gefällt der Schnelle jetzt am besten, wirklich. Fühl ich. Einities. Bin Platz. Bauch. Geil.